wir haben heute den 26.7 2022 und schaut mal wir begrüßen unsere 123456 und boys mama hat das fantastisch gemacht und ist die mit welchen auch total brocken seit alter ganzen nacht ging das los und naja 49 kam das erste boy zu will dann kam unser kleiner prinz hier zwei schwarze oberen einzig muss und eine krone mitten auf dem kopf der kam um 10 10 und um 10 nur 50 kam noch ein kleiner und über weiß und dann gott sei dank kann man also sagen um die madels bilder zu kam diese kleine dame die hatte gesagt 11 47 jetzt kommt mal raus mit dem engel flügel der kleine kerl hier schon hört ein junger kam 11 58 sagte ich bin jetzt mal da in unserem youtube-kanal welben die wie klein feld seht ihr warum und ganz im schluss sagte noch ein mädchen hier die kleine maus im armen sich beiden die war um 13 uhr 28 sagte ich bin die letzte ich komme jetzt auch mal heraus ja unsere polonga gang steht wünschen euch viel spaß und sehen uns bald wieder bei polonga unga bunga